aber nicht so eine wie du hattest die auf dem anderen handy wo das langsamer war hast du das hier aufgerufen soll ich kurz redest du das hier normal machst dann die auflösung auf 1920 wieviel frames kannst du da machen also jetzt nicht 4k 60 frames weiß ich aber wieviel schafft das ding mit 1029 das war mein gut